Ich denke mal die Reichweite dürfte jetzt besser sein als vorher, aber halt der Schaden noch nicht und deswegen müssen wir eigentlich noch ein bisschen sammeln gehen. Wir gucken mal, ob wir jetzt Nahrung aufsammeln können und diese dann wieder einbuddeln. Ja, scheint wirklich was zu werden. So und das tun wir gerade wieder einpflanzen, damit wir den einen Quest erledigt haben. Das ist mal falsch, Ressourcen, Essen. Davon haben wir nichts mehr, aber wir haben ja noch unsere Melonen. Ne? Zwei. So. Da haben wir zu 80% schon mal den... Schade. Zu 80% zumindest schon mal unser Dings gemacht. Unser... Einen Quest. Ist ja auch schon mal was. So haben die wenigstens bald genug Nahrung. Aber hier doch irgendwo... Wo ist unser Hund da? Wo ist denn unsere Hund da? So, bleibst du mal stehen? Ah, der hat unsere Sachen. Ich habe mich schon bewundert. Dann werden wir uns jetzt mal umziehen. Hups. Das da runterziehen. Das hier und das da. Dann haben wir noch das rechtes Bein und irgendwie fehlt das linke Bein, oder? Ja. Ein Paillettenkleid. Brauchen wir sofort. Ah. Das war nicht das gleiche, glaube ich, jetzt. Ne, nicht das gleiche. Aber es passiert nichts. Das möchte ich nicht drauf. Okay, das wäre jetzt. Okay, dann haben wir das wenigstens. Sehen zwar nicht ganz schick aus, aber das soll ja nur für den Anfang ein bisschen mehr Schutz bieten. Und die schönen Klamotten, die wir noch so haben, die haben wir noch jetzt noch mehr. Die tun wir bei uns hier hinstellen. Das nicht. Aber wir haben hier das lässige Outfit, das Minutemen, ein Paillettenkleid. Ein rotes Halstuch. Die Zeitungsverkäuferkappe. Die können wir ja da reintun und den Rest tun wir hier rein. Ja, ich sortiere das gerne ein bisschen. Dann kann ich später den, wenn ich den Dorfbewohner habe. Ups. Verdammt. Egal. Wenn ich dann hier noch Bewohner habe, kann ich den das dann später anziehen. Dann haben wir übrigens auch ein bisschen Schutz. Müssen wir nicht so oft mitnehmen, das Ganze. So, jetzt sind wir da unten drin natürlich nackig. Jetzt nie mehr. Da haben wir nichts drin. Ja, und wir passen nicht gleichzeitig hier durch. Das funktioniert nisch. Doofes Vieh. Transfer. Da tun wir jetzt noch den da rein. Das war's dann auch schon. Nein. Die können wir Fuji machen. Äh, da. Verwerten. Verwerten. Ups. Jetzt haben wir noch ein paar Taschen mehr. Vielleicht können wir uns hier noch mehr machen. Uh. Aber immer dieser Kleber. Das nervt langsam. Jetzt haben wir halt kein Kleber mehr. Aber... Kann man den nicht irgendwie selbst herstellen? Kann man Kleber nicht selbst herstellen? Ja. Ja, ich habe gerade jemanden zum Rad gezogen. Ich gucke gerade mal, irgendwo Funtmann, Kleber herstellen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Granaten, Heilung, Verwertbares. Ich kann Kühlflüssigkeit herstellen. Also da brauchte ich nur die Kühlflüssigkeit. Ich brauche für irgendwas. Mine. Spritzen? Nee. Heilung, Granate. Das brauchen wir sowieso nicht. Ich dachte. Ah, ich glaube, die Kühlflüssigkeit braucht man, äh... Sorry, dann. Ja. Um sich eine Suppe herzustellen. Ich habe noch was zum Verwerten hier. Gummiii. Ich gehe mal kurz hier in die Kochstation. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass das... Ja, nee, Moment. Ich weiß nicht mehr, für was die Kühlflüssigkeit gewesen war, aber sie brauchte man für irgendwas. Wir gehen jetzt erst mal schlafen. Okay, wir sind im falschen Haus. War das hier unsers? Ja, das war unsers. Das war unsers. Ich habe mich noch nicht mehr. Um, 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 um. Um, 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 um... Um, um, um. Oh, es regnet. Das ist aber der Beruf. Oh, Hund! Sag mal, ernsthaft? Ich habe im Ernsthaftes Problem gerade mit dem Hund. Ich brauche kein Plastik. Ich brauche Kleber. Ein Böschchen-Sekunden-Kleber. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Der kann auch weg. Die Badewanne ist noch gut. Das Waschbecken hier nicht mehr. Hund, geh doch mal aus dem Weg, Mensch! Wir könnten jetzt erstmal zum anderen Dorf gehen, aber ich glaube, da braucht man auch irgendwas mit Vader und dann wollten die auch noch irgendwas haben, dass man irgendwo hingeht und das weiß ich nicht mehr, wo genau das war. Versuchen wir es eben nochmal. Wir speichern vorher. Ja, jetzt habe ich auch das Licht angemacht. Wir brauchen ja unbedingt Licht im Himmel. Ohhhh. Wo ist der Typ davon? Ja, das will ich nicht schießen. Darf ich mir eigentlich die Dinger nehmen oder ist das dann stehlen? Ich weiß es nicht. Aber zu den Kuhvieh gehört normalerweise irgend so ein Typ dazu und der ist irgendwie gerade nicht da. Vielleicht fällt es sich gerade mit dem Mr. Gutzi, der hier durch die Gegend wuselt. Scheint aber jetzt irgendwie weg zu sein. decir auch nicht so ein Typ. Ja. Das war's. Das war's. Ja, da muss ich so. Die Karabannenwache ist hier unten nämlich. dann kümmern die sich wahrscheinlich auch um den Mr.Cutzi der Helo.